Zupo hinter Gittern, dazu die Polizeisirene. Ne, ne, hier waren alle frei, um wieder auf den Arbeitsplatz zu gehen. Viele aber noch auf der Suche nach der einzig wahren Erklärung für die Pleite in Ingolstadt. Ne, die Erklärung gibt es leider nicht. Ja, komisch, einfach unerklärbar ein bisschen, so eine Leistung abzuliefern, sag ich mal. Aber es ist ein neues Spiel und wir wissen, dass wir alles besser machen müssen gegen Dortmund und das werden wir tun. Vielleicht hilft er die Erinnerung an sein erstes siegreiches Derby. Ein super Spiel, ein super Gefühl, natürlich. Und das möchten wir nochmal erleben, das ist klar. Und dass es möglich ist, hat man gesehen. Nichtsdestotrotz hat man großen Respekt vor der Mannschaft. Natürlich habe ich das Tor auch im Kopf und wäre natürlich doppelt schön, wenn das nochmal klappt.